Ob Echtzeit-Videoanalyse, Spielertracking oder Simulationen in der virtuellen Realität? Im letzten Jahrzehnt hat sich eine neue Form der interdisziplinären Nutzung von Denkweisen und Methoden entwickelt. Der Übergang zwischen den verschiedenen Disziplinen Sport, Gesundheit und Informatik wird immer fließender, die klaren Grenzen verschwimmen. Der Bedarf an elektronischer Datenverarbeitung und Softwareentwicklung steigt mit zunehmender Digitalisierung in der Sport-, Fitness- und Gesundheitsbranche immer weiter an. Doch es fehlt an qualifizierten Nachwuchskräften, die das Know-how aus Informatik, Trainingslehre, Sportmanagement und Gesundheitswissenschaft vereinen, um praxistaugliche Lösungen zu entwickeln und die digitale Strategie nachhaltig voranzutreiben. Mit dem neu entwickelten Bachelor-Studiengang Sport- und Gesundheitsinformatik schließt nun die DAFBG diese Lücke in Form eines gezielten Studienangebots. In der gleichnamigen FMI-Kolumne Sport- und Gesundheitsinformatik darf ich Ihnen dieses spannende neue Berufsfeld näher vorstellen.